Herzlich willkommen bei Tranex und den Erfolgsgeschichten aus der Welt des ersten webbasierten Campus-Management-Systems in Deutschland. Bei Tranex haben wir in den 20 Jahren der Entwicklung gelernt, dass der erfolgreiche Betrieb einer Hochschule eine komplexe Aufgabe ist. Wir haben viele Referenzprozesse entwickelt und digital implementiert, die praxisbewehrt erprobt und gehärtet sind. Tägliche hochschulspezifische Herausforderungen werden durch Tranex vereinheitlicht und rechtssicher optimiert. Wir sind stolz darauf, unsere Kunden seit vielen Jahren auf ihrem erfolgreichen Weg zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Visionen und Ziele zu erreichen. Manche Kunden nennen das Tranex die digitale DNA, andere Kunden nennen es das Herzstück der Hochschule. Neugierig? Lassen Sie uns nicht nur darüber sprechen, sondern hören und lesen wir, was unsere Kunden über ihre Erfahrungen mit Tranex zu berichten haben. Wir möchten Ihnen dazu heute einige Referenzberichte vorstellen, die auf echten Kundenerfahrungen basieren. Diese Erfolgsgeschichten drehen sich um die vielfältigen Anwendungsbereiche von Tranex, sei es im Bereich des Dokumentenmanagements, der Einsatzplanung, der Bewerbung, der Statistik oder der Evaluation oder weiterer Bereiche wie der Bibliothek oder den Partnerunternehmen. Besuchen Sie uns in der Welt der Praxisberichte im Web unter diesem Link. Praxisbericht.campus-management-system.de Wenn Sie ebenfalls die Effizienz Ihrer Hochschule oder Akademie steigern möchten, laden wir Sie herzlich ein, Tranex über die Praxisberichte selbst zu entdecken. Erfahren Sie, wie unsere Software Ihnen helfen kann, Ihre Verwaltungsprozesse zu optimieren und gleichzeitig eine erstklassige Bildungserfahrung zu bieten. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer Erfolgsgeschichte schreiben.